was so was geht, Leute, Rainbow Six Each Video, Leute ok, Leute, was gewünscht wird, um GTA 5 ist vorbei, Leute ist vorbei, ich hab schon den Gewinner benachrichtigt und er hat darauf geantwortet und er hat gesagt, er hätte lieber einen Unlock On hab ich ihn gemacht er hat ihn jetzt fertig aus also ich hab meinen Account noch immer noch und er hat seine was weiß ich, paar Millionen von mir bekommen das waren keine paar Millionen, das waren echt keine paar Millionen das waren sau viel Geld ich hab ihnen ja noch die die neuen DLCs alles dazu gekauft die Fahrzeuge, die neuen also nicht aufgezündet, er soll sie selber aufziehen natürlich ja und äh, ja und äh, heute Leute ich war, ich hab einen Lotto los gehabt gell, äh, schon eine Woche her ich hab mir gedacht, lass mal gucken, ob ich was dafür bekommen hab 8,50 bekommen hab ihn dann in Rubbelos reingeschmissen, die 8,50 also die 8 Euro natürlich 50 Cent nicht und hab, äh, für die 8 Euro, äh, heiße 7 genommen das ist ein Rubbelos für, äh, 2 Euro und wenn du eine 7 hast und was dahinter schickt, bekommst du das und da waren, also es waren 4 Stück 3 davon, äh, also 3 von 4 natürlich, waren was drauf auf, auf 2 waren 2 waren, also 2 Euro, 2 Euro, auf 1 waren 20 Euro, hab 24 Euro rausgeholt und hab nochmal 6 Euro reingeschmissen äh, 6 Euro reingeschmissen und hab, äh nochmal 12 Euro rausgeholt, hab die 12 Euro nochmal in die Lose rumgeschmissen das waren dann, wie weiß ich 5 Lose, 6 Lose, 6 Lose waren das da waren 10 Euro drauf dann hab ich es gelassen es war ja kein Gewinn mehr dahinter ja, und insgesamt habe ich 5 Lose waren Nieten und Rest war alles Gewinn hab ich mir gedacht, ja, ist schon okay also hab ich 30 Euro heute gemacht also Plus und Minus, wenn du die rausrechnest, reinrechnest ja, ja ja, und mein letztes Video, was vor kurzem rausgekommen ist, hat echt wenig Aufrufe, 3 Aufrufe aber 16 Daumen nach oben, das verstehe ich nicht wie kann ein Video jetzt, falsch, falsch, ja, sorry äh, 16 Likes haben, aber nur 3 Aufrufe das geht doch gar nicht eigentlich muss ich da 16 Aufrufe haben wegen 16 Likes das hat mich gewundert dann schon ja, okay, lass mir mal stecken und hauen dieses Video etwas später raus, weil das andere ist ja noch aktuell äh, das Gewinnspiel ist eh schon vorbei, Leute der Gewinner hat sich gefreut ja hab ich über Youtube angeschrieben und dann hat er auch nach paar Stunden geantwortet ja 5 Sekunden zu gehen ja, also ja also Rainbow, wie immer die Leute, die auf PC sind, kennen ja wahrscheinlich Augen Access, da zahlt ihr 30,25 im Jahr und könnt sauviele Spiele spielen für den Preis von 30 im Jahr Betrieg 1 was weiß ich Mass Effect das Neue was weiß ich noch mehr und es gibt's jetzt Augen Premium heißt es da könnt ihr da könnt ihr jetzt, wartet wenn ihr in der 2 3 4 4 4 4 Premium das hat die 100 im Jahr und könnt der Titel Euro aber er wollte ich hier oben mit diesem Ding kann ich mir so oder so andere wird und enttäuscht und spieler so sein soll die von 19 fünf Tage vor allen anderen also mit wie die Vorbesteller nach und wahrscheinlich fünf Tage früher und deswegen werde ich mir jetzt auch mal vor die 5 Leute was will man mehr Leute und zwar nicht die Stande sind und die Glücksedition kann ich dann bekommen er hat schon gesagt das mache ich mal da wird auch ein paar Betriebs 5 Videos kommen Leute nein es finde ich einfach kommt die Ehe irgendwo im Oktober wen spielen wir Schwerentscheidung Alibi Spülp ist gerade mein Main irgendwie gerade in dieser Zeit in die ich macht damit ein paar Kills mehr Kills oder wenn ich mit Lesen spiele oder was weiß ich macht Spaß das Video ist ja zwei Sauheiß Leute Sauheiß und da hab ich mir gedacht ich nehm mir kein Video jetzt auf in dieser Hitze nehm ich doch kein Video auf plus PC es ist zu warm da hab ich mir gedacht ja haben wir machen wir mal ein Video ein Gameplay das wird reichen ja heute ist ein bisschen kühler weil ja kühler ist kühler das sind ja heute und nehmen wir mal auf sollte erreichen hoffentlich gefällt euch das Video ich hoffe nicht kriege ich mehr Aufrufe als oh nein Nein das wollte ich behalten was da das ist ehrlich was das ist das behalte ich normal immer weil die laufen ja meistens hier lang nein der macht zu warum macht der es zu bitte warum will ich jetzt echt mal gern wissen ist der so doof wie Scheiße oder was ist mir doch egal ich bin juckt mich nicht wegen dem Hurensohn kann ich da nicht mehr pushen was jetzt hasse ich über alles warum machte diese Luke zu was hat sie mit unserem Raum da zu tun was hat sie damit zu tun bitte kleine Schwanzgeburt alle da ist ihm tot ich hoffe jetzt mal die haben nicht okay ich hoffe jetzt mal die haben nicht okay Habe ich ihm kein Hadee gegeben? Was? Der hat kein... Was? Ich habe doch auf ihn perfekt geaimt. Was? Was? Ich war auf seinem verfickten Schädel. Hey, das ist doch so ein komisches Match schon wieder. Vorhin, ich... Letztes Match, gell, Leute? Da war... Was war das? Nicht Clubhouse. Das Riesengebäude mit diesem... Wohl die Schneemolping-Garages, diese Map. Da oben wurden alle gepinnt, gell? Da waren drei hintereinander. Also, da, da, da. So ein Zickzack wahrscheinlich gewesen. Und da habe ich mir gedacht, ja, machen wir jetzt mal. Ich war Kavera-Leute. Und habe Minimum zwei Leute von drei getroffen. Wisst ihr, was passiert? Buck holt mich. Sogar den, der habe ich getroffen. Der hatte volles Leben. Ohne Scherz, der hatte volles Leben. Ich habe ihn getroffen. Ich habe mich einfach wild rumgeballert. Ich habe perfekt gezählt. Ich war ja auch noch in der Camp und habe sie angepinnt und gewusst, wo die sind. Bap. Ich will... Ich kriege One-Shot. Nicht immer die haben One-Shot bekommen. Da war Fuse und Ash und Buck dabei. Keiner von denen hat Schaden bekommen. Wie geht das? Glück gehabt. Ja. Lass mich in Ruhe. Hättest du mich einfach in Ruhe gelassen, du Pisser. Ich wollte nicht mal den Typen taisern. Ich wollte es gibt eine neue Herausforderung. Zerstört zehn Verteidiger Gegenstände. Das wollte ich machen. Der kommt mir in den Weg. Was für ein Bastard. Hängst du doch so scheiße. Entweder mit einer die Cam weg. Ich weiß nicht mal, ob die Cam zu der Herausforderung dazu zählt. Das weiß ich wirklich nicht. Und ja. Das ist einfach so ein abgefuckter Scheiß. Das ist hier. Das war's. Das ist ein Abzug. Das war's. mitnehmen können ich hoffe der Ruhm und uns da noch oben ich bin sein wenn eine Tochter hat nämlich die Form oder eine Schwester die mich auch vor Fick ist eine Mutter der Kanne zu sehen und seine Tochter Schwester war so immer der kann zu sehen ich hab keinen Bock mir diesen Weg jetzt zu geben ja würde ich schon machen jetzt aber wusste nicht dieser Nuttensohn schon wieder so ein Abfuck grad juckt mich nicht was ey das ist doch so ein verficktes Match schon wieder das kürzeste Video was jetzt hier lief ja ich hab nicht mal einen Kill was ist das für ein Gegnerteam man 13 niemals das ist das richtige Account Push Rush Account was ist warum hat der ein P20 drin bist du doof was der wurde safe hochgezogen 2 Nuller Sieg KD was ist bei dem los scheiß drauf ich schlatt dieses Video hoch meine Fresse so 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 so